In diesem Video bekommst du sechs wichtige Tipps für die Prävention und Bekämpfung von Lebensmittelmotten. Wenn du schon einmal Lebensmittelmotten hast, dann wirst du wissen, von was ich jetzt rede. Wer es noch nicht hatte, der sollte jetzt ganz genau zuhören. Denn sie kommen ganz schleichend. Mir ist es selbst so passiert, ich rede aus eigener Erfahrung. Man sieht solche kleinen Motten, mal eine fliegen, mal zwei fliegen. Irgendwann habe ich dann so eine ganz, ganz kleinen, durchsichtigen Würmer auf der Erde gesehen. Immer mal einen und dachte immer, was ist denn das? Ehe ich dann überhaupt bemerkt habe, dass in meinem Schrank Lebensmittelmotten drin waren. In dem Moment, wo du irgendetwas siehst, kann ich euch sagen, da sind schon genügend da. Sodass ihr alles ausräumen und vernichten müsst. Wo die herkommen, keine Ahnung. Ich vermute mal, man schleppt sie sich ein, wenn man irgendwelche Backwaren kauft. Ich denke, da nimmt man die Eier schon mit, weil wo sollen sie sonst herkommen, wenn man die früher sonst nicht im Haushalt hatte. Wenn du also so etwas feststellst und hast es noch nie gesehen und es ist auch relativ unscheinbar am Anfang, dann gibt es den ersten Schritt und das ist die vollständige Entsorgung von allen Lebensmitteln. Auch Tee, vor allen Dingen Schraubverschlüsse, die kriechen durch die Schraubverschlüsse durch. Mehl, also wirklich alles, was nicht in Vakuum gelegt ist oder was im Kühlschrank ist, weil Lebensmittelmotten halten sich übrigens im Kühlschrank nicht, da sterben sie ab. Also alles, was kalt ist, auch rausstellen und nützt. Brotkörbe, alles, was mit Backwaren, mit Mehl zu tun hat, mit Tee zu tun hat, das müsst ihr alles wegwerfen und entsorgen. Und am besten den gesamten Schrank ausräumen und alles in den Geschirrspüler reinmachen. Den Schrank komplett, auch mit einer Zahnbürste, die Ritzen, denn die Eier liegen, werden in die Ritzen gelegt und mit dem Essigwasser alles auswischen. Lebensmittelmotten lieben alle Getreidesorten, sie lieben Reis, sie lieben Nüsse, sie lieben Haferflocken. Alles, was solche Konsistenz hat, gehen sie rein in Tee, auch in Gewürze. Müsst ihr alles wirklich vernichten, wenn ihr genau hinschaut, auch wenn ihr es nicht so sieht, dann setzt euch mal eine Vergrößerungsbrille auf, dass sie selbst in die Gewürze reinkriechen und dass man es kaum sieht, aber selbst da sind sie drin. Bei der Entsorgung müsst ihr darauf achten, dass ihr das in eine Folietüte macht, die ihr zumacht und sofort aus dem Haus rausschaffen. Also sofort wirklich in den Müll reinwerfen. Nach dem Wegwerfen die Schränke gründlich reinigen, so wie ich es euch schon gesagt habe. Mit einer Seifenlauge oder mit Essigwasser macht sich das wirklich gut. Die Ritzen wirklich auch nochmal mit der Zahnbürste nachgehen. Und wenn alles trocken ist, am besten nochmal mit einem dünnen Sauger, also mit so einer Verjüngung oben, alles nochmal wegsaugen, weil die sind immer noch in den Ritzen, ihr kriegt die nicht vollständig weg. Wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt jetzt eure Lebensmittel, euer Mehl, euer Reis, euer Zucker und alles und macht es in luftdichte Behälter. Ich habe hier schon mal ein Video gemacht, wie ich meine Kräuter aufbewahre und das sind die Gläser, in denen ich das mache. Und diese Gläser, die bekommt ihr auch bei uns im Store und die gibt es in verschiedenen Größen und die haben einen Drahtbügel zum Verschließen und haben hier eine Gummidichtung und verschließen damit alles komplett luftdicht. Und das gibt es auch in ganz, ganz vielen Größen. Ich habe jetzt euch mal ein Paket mitgebracht. Wenn das bei uns ankommt, da steht auch Vorsicht Glas drauf. Die kommen zu 100% ganz an. Es ist mir noch nie passiert, dass irgendein Glas kaputt war, wenn wir das verschickt haben, weil die sind richtig gut ausgepolstert. Ich nehme die mal jetzt hier raus, dass ich euch mal noch die verschiedenen Gläser zeigen kann. Der Trick an den Gläsern ist der, dass die viereckig sind. Das seht ihr hier an den Kleinen oder hier an dem Großen. Und dadurch lassen die sich wunderbar im Schrank nebeneinander stellen und man verliert keinen Platz, wie man das bei runden Gläsern verlieren würde. Das ist eigentlich das Coole. Und ihr seht das auch, so kleiner als das geht nicht, weil dann kann man sie nicht mehr eckig machen. Das funktioniert dann nicht mehr. Aber runde Gläser haben wir auch, aber ich finde die Eckigen einfach besser. Und hier seht ihr auch nochmal verschiedene Größen. Also ihr könnt wirklich von Zucker bis Reis oder Mehl alles aufbewahren. Das sind jetzt hier 400 Gramm. Das sind 400 Gramm Nudeln. Also ihr seht, ein halbes Kilo geht mal locker rein. Wir haben hier noch genügend Platz. 2 mal 400 Gramm wahrscheinlich nicht. Weil es muss ja locker liegen und danach könnt ihr es luftdicht verschließen. Super. Ich nehme da immer, wie ihr das hier seht, den weißen Akülschrift, wie man in den Bastel bedarf. Also ich brauche den immer zum Zeichnen. Könnt ihr praktisch das in weiß draufschneiden. Das sieht gut aus. Bei den Kräutern ist es wichtig, dass ihr auch noch das Datum mit draufschreibt, damit ihr immer wisst, welche ihr nehmen sollt. Und wenn ihr das gut sortiert haben wollt, im Grunde genommen sieht man es. Aber wenn ihr es wollt, könnt ihr auch draufschreiben. Vor allen Dingen, wenn ihr es in den Schubfach macht und von oben sehen wollt und nicht gleich durchsieht, was drin ist, dann könnt ihr es auch hier hochschreiben. Also finde ich eine schöne Sache. Sieht gut aus. Sieht toll aus. Und es spart Platz. Sowohl im Schubfach als auch im Schrank. Hier habe ich ein kleineres Glas. Hier sind 500 Gramm von den Köln-Flocken. Schauen wir mal, ob die in das kleinere Glas hier reinpassen. Das ist richtig schön groß. Also die Köln-Flocken gehen gerade so rein. Ich würde das größere Glas auch dafür nehmen. Also auch das funktioniert. Da ist oben genügend Platz. Also durch diese Gummidichtung ist es so luftdicht und ihr habt keine Motte, eine Chance durchzukommen. Also das kann ich euch nur raten. Was wichtig ist, diese Gläser gibt es in unterschiedlichen Größen. Das hier zum Beispiel, das ist 29 Zentimeter lang. Ich habe mir meine Schränke so eingeteilt, dass ich praktisch im unteren habe ich diese großen Gläser, also habe ich das Tablar, auf 30 Zentimeter gelegt. Und oben drüber war dann weniger Platz. Und dann habe ich Platz praktisch für die kleineren Gläser gelassen. Ich habe mir das wirklich nach diesen großen Gläsern, die unglaublich praktisch sind, eingeteilt. Was sollt ihr nun als nächstes machen? Das ist natürlich die regelmäßige Kontrolle. Das heißt, ihr müsst wirklich eure Lebensmittel absuchen. Weil wenn ihr die Motten einmal drin habt, ihr kriegt sie fast nicht raus. Wenn ihr das alles gemacht habt und auch eure zukünftigen Lebensmittel luftdicht abschließt, dann macht zudem noch einen Klebestreifen, so wie diesen hier, in die Innentüren eurer Schränke. Das hält, glaube ich, sechs Wochen oder so. Und wenn doch noch eine Larve da war und eine Motte ausschlüpft, dann verfangen sich dort die männlichen Motten und bleiben daran kleben. Als Prävention könnt ihr auch in die Schränke zum Beispiel so etwas machen. Das ist Lavendel, Lavendelblüten. Das mögen die gar nicht, die Motten. Und auch zum Beispiel Lorbeer oder Nelken könnt ihr offen hinstellen. Mögen sie nicht. Riecht zu stark. Duftet auch ganz stark hier. Wenn ihr das alles befolgt, dann seid ihr ziemlich safe und habt das Ganze im Griff. Wenn man sie einmal drin hatte, schwer wieder rauszubekommen. Ein Fan von uns hat uns gesagt, dass er Schluckswesten einsetzt. Wenn ihr da Erfahrung habt, ich hatte keine, ich kannte das noch gar nicht. Das sind Larven, die man kaufen kann, kriegt man beschickt. Und die ernähren sich dann oder die gehen auf die Eier zum Beispiel von diesen Lebensmittelmotten. Aber auch auf alles mögliche andere. Und wenn nichts mehr zu essen da ist, dann sterben sie ab. Also sollte ganz biologisch sein. Keine Ahnung, ich habe es nicht probiert. Wenn ihr damit Erfahrung habt, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, dann schreibt mir das doch ganz einfach in den Kommentaren. Und in jedem Fall vergesst nicht, die nächsten zwei von mir empfohlenen Videos anzuschauen. Da bekommt ihr noch mehr gute Dinge zu sehen. Und vergesst jetzt hier den Kanal nicht zu abonnieren und macht die Glocke weg. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video machen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Dann wird es anderen Zuschauern empfohlen. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank.